So, heute ist eigentlich Training für die Berge angesagt, ne? Ja, ich bin ziemlich krank und deswegen ist Training für die Berge leider gerade keine Option, aber kein Video am Donnerstag machen am Slot für Training für die Berge finde ich irgendwie auch ätzend. Deswegen habe ich mir überlegt, wir sprechen heute über ein Thema, das ich auch behandeln kann, was sich hier jetzt gerade recht gut einfügt und was nicht erfordert, dass ich sehr viel machen muss, also machen muss, aber eben sehr viel Technisches oder sehr viel Sport machen muss, weil das ist einfach gerade gar keine gute Idee. Sprechen wir also über das Thema Regeneration. Übrigens, das da hinten, das ist mal der Techniktisch für alle Leute, die auch gerne die Reviews und Tests schauen. So, jetzt kennt ihr euch auch mal aus. Sprechen wir über das Thema Regeneration. Ich habe mir einen Tee mitgebracht, warum das gleich interessant ist für das Thema Regeneration, da komme ich gleich dazu. Was ist denn mit der Regeneration beim Bergsteigen und vor allen Dingen beim Training für die Berge? Was hat es denn mit Regeneration tatsächlich auf sich? Die Regeneration ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir uns beim Training weiterentwickeln können. Das ist bei jedem Training so, das hat nichts speziell mit den Bergen zu tun, sondern das betrifft Laufen, das betrifft Bergsteigen, das betrifft Leute, die Krafttraining betreiben, das betrifft... Es betrifft im Prinzip alle Menschen, die irgendeine körperliche Betätigung machen. Sie brauchen Regeneration. Wir brauchen auch Regeneration vom Alltag. Wir brauchen ja zum Beispiel auch Schlaf. Und dieser Schlaf, der regeneriert uns und erholt uns vom alltäglichen Leben im Büro zum Beispiel. So, und wenn wir Sport machen, brauchen wir mehr Regenerationszeit. Wir brauchen Erholung vom Sport. Diese Erholung findet entweder im Alltag oder beim Schlafen statt. Und grundsätzlich basiert Regeneration immer auf drei Säulen. Und diese drei Säulen können wir uns heute mal genauer anschauen. Sie sind nämlich fürs Bergsteigen sehr, sehr wichtig, weil beim Bergsteigen haben wir oft etwas Zeitdruck, was die Regeneration betrifft. Gerade wenn wir zum Beispiel mehr Tagestouren gehen, da sind wir ja ein bisschen... Ja, da wird es ein bisschen schwierig mit der Regeneration, wenn wir am nächsten Tag gleich wieder weitermachen wollen. Aber auch für Leute, die Tagestouren gehen und jeden Tag dafür einfach so in die Berge fahren, ist das auch nicht unwichtig. So, aber wir müssen unterscheiden zwischen Menschen, die in die Berge fahren und wieder nach Hause fahren und dann nächstes Wochenende wieder in die Berge fahren, weil das Training dazwischen für die Berge, das braucht auch gewisse Regenerationsphasen. Das heißt, es ist egal, ob wir das im Flachland machen oder in den Bergen. Aber dann gibt es auf der anderen Seite noch die Gruppe von Menschen, die natürlich während dem Training für die Berge auch Regeneration brauchen. Das kommt dann eher in die erste Gruppe, aber auch Leute, die mehr Tagestouren gehen, drei, vier, sieben Tage weit wandern, sowas in die Richtung, die haben nochmal ein ganz eigenes Problem mit der Regeneration. Also die zwei Gruppen können wir voneinander unterscheiden. Dazu komme ich dann gleich nochmal. Ernährung, Zeit, Schlaf. Die drei Säulen bestimmen maßgeblich, wie schnell wir uns regenerieren können nach einem Training, nach einer Bergtour, nach einem was auch immer. Ganz egal. Und diese drei Säulen sind alle gleichermaßen gleich viel wert. Es gibt einzelne, die sind vielleicht etwas mehr wert, aber da kommen wir jetzt gleich im Detail dazu. Schauen wir uns zuerst mal ein Fallbeispiel an, an dem wir erkennen können, inwiefern die einzelnen drei Säulen eigentlich wirken und arbeiten. Wir haben zum Beispiel eine Mehrtagestour. Wir sind vier Tage lang unterwegs und an Tag 1 gehen wir auf eine Hütte. Auf der Hütte, wir kommen an, es ist 17 Uhr am Nachmittag und wir wollen jetzt, ja, wir sitzen da erst mal essen was, essen so das klassische Bergsteigeressen vielleicht oder auch die Halbpension auf der Hütte, ist ja alles heutzutage sehr luxuriös. Und ja, jedenfalls haben wir dann noch einige Zeit, bis wir wieder losgehen. Nächster Morgen, 6 Uhr stehen wir auf, 7 Uhr geht's los. Das heißt, wir haben ungefähr, ja, so 14 Stunden, 13, 14 Stunden, bis wir wieder aus den Federn müssen und dann geht's schon wieder weiter. Was machen wir jetzt in den nächsten 13, 14 Stunden? Und da ist jetzt eben die Frage, jetzt essen wir mal was, dann trinken wir ein Bier, zwei Bier, drei Bier, vier Bier, je nachdem, wo man herkommt, trinkt man mehr oder weniger. Und jedenfalls dann irgendwann, es ist 1 Uhr morgens und dann geht's ins Bett. Und dann 5 Stunden, 5 Stunden später aufstehen, so ganz verkarrt, so wie ich ungefähr heute, dann geht's zum Frühstückstisch, man schnappt sich noch irgendwas, isst was und go. Ja. Und dann schreiben mir Leute Nachrichten, Sebastian, bei den Mehrtagestouren, mir geht's immer so schlecht. Ich bin so müde, meine Oberschenkel sind so müde, mein Rücken ist so müde, ich habe überhaupt keine Lust, am dritten Tag bin ich schon komplett fertig. Naja, das hat maßgeblich was mit der Regeneration zu tun. Und wenn ihr, wie in diesem Fallbeispiel, jetzt eurem Körper eben nicht wirklich die Chance gebt, gesund zu regenerieren, dann kommt's eben dazu, dass wir von, in kürzester Zeit von unserem Körper so stark zehren, dass wir eben dann nicht über längere Zeit fit sein können. Das geht gar nicht. Wir geben unserem Körper nämlich mit diesem Vorgehen überhaupt keine Chance für Regeneration. Wie schaut das jetzt aus, wenn man es möglichst gut machen würde? Klar, wir kommen am 5 an der Hütte an und das erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen Kohlenhydrate rein spachteln. Also das ist das, was wir am meisten verlieren, aber auch Eiweiß. Also wir sollten so einen klassischen Ernährungsmix, so wie es auf den Hütten Gott sei Dank tatsächlich zufälligerweise der Fall ist, also in Tirol ist die klassische Hausmannskost, zum Beispiel in Tirol, aber generell in Westösterreich, sehr, sehr in Ordnung fürs Bergsteigen, also da kann man wirklich, das ist gut, und die sollte man relativ schnell mal nach der Belastung essen. Dann baut man sich wieder so ein bisschen auf. Man kennt das, wenn man extrem müde auf die Hütte kommt, Entschuldigung, und dann isst man erst mal was, dann macht es erst mal wieder so und man ist wieder, hallo, man ist überhaupt erst mal wieder ansprechbar. Und das Problem ist, was jetzt passiert ist, jetzt fühlt man sich so energiegeladen und dann will man so auch vielleicht so ein bisschen mit der eigenen Gruppe oder mit anderen Leuten so ein bisschen in Kontakt kommen und viel reden und dann wird erst mal Bier getrunken. Klassisch Bier. Und Bier, der Alkohol, entwässert euch so krass und braucht so viel Energie im Körper, um überhaupt verarbeitet zu werden und wieder abgebaut zu werden, dass dann der Körper die Regeneration der ganzen Belastung zuvor runterfahren muss. Er braucht jetzt alles, um mit dem Alkohol fertig zu werden. Und das ist das Problem. Und deswegen ist während Mehrtagestouren, wenn ihr euch scheiße fühlt, das Feierabendbier ein Killer. Und das zähle ich für mich zur Säule der Ernährung dazu. Die Ernährung ist einfach ein absolut maßgeblicher Faktor, wenn es um Regeneration geht und bei Mehrtagestouren werdet ihr das merken. Probiert das mal aus, ihr könnt es auch während eurer Trainingsphase machen. Geht mal vier Tage laufen hintereinander. Leicht, kurz, nicht lang. Jetzt nicht am ersten Tag voll ausbrauen. Aber so vier Tage hintereinander ein bisschen Workout machen. Egal was. Bergsteigen, laufen, wandern, Krafttraining, wie auch immer. Und ernährt euch richtig, wie ihr wollt. Also danach einfach, ja da gibt es ein Bier, da gibt es noch ein Bier. Ich habe es mir heute verdient und so. Und dann schaut mal, wie es euch nach vier Tagen geht. Also am vierten Tag des Workouts werdet ihr feststellen, dass ihr absolut dreckig drauf seid. Ihr seid schlecht gelaunt, ihr seid müde, eure Muskeln, ihr habt überall Muskelkater. Und ihr wollt absolut nicht. Wenn ihr es überhaupt bis zum vierten Tag schafft. So. Der Punkt ist jetzt der. Würde man das anders gestalten, würde man das Bier weglassen und durch isotonische Getränke, alkoholfreies Bier zum Beispiel, oder isotonische Getränke, oder einfach Wasser, Mineralwasser, whatever, ersetzen, dann könnte man eine deutlich verbesserte Regeneration erzielen. Das Essen passt ja schon auf den Hütten, das haben wir ja schon geklärt. Aber dann Getränke, kein Alkohol, auch kein Wein. Also Bier und Wein, das macht überhaupt keinen Unterschied. So. Und das ist wichtig. Also, das können wir bedenken. Dann wird es uns mit der Ernährung schon mal besser gehen. Nächster Faktor. Schlaf. Ihr seid auf der Hütte, ja und jetzt langsam, ihr habt kein Bier getrunken, ihr seid die Spaßbremsen in der Gruppe, auf jeden Fall. Aber ihr wollt ja fit sein, also nehmt ihr das in Kauf. Und jetzt ist es so 7, 19 Uhr, es wird langsam so 20 Uhr, ihr seid mit dem Essen fertig und ihr wollt, ja, vielleicht werden jetzt die ersten Kartenspiele aufgedeckt oder die ersten Brettspiele oder sonst was. Und die ganze Unterhaltung, die kommt so auch langsam ins Rollen. Aber ihr wisst, 6 Uhr ist morgen Aufbruch, sonst kommt ihr in der Etappe hinten nicht hinterher. Ja, das geht gar nicht. Und ja, was macht ihr? Naja, jetzt gilt es eben nicht, um 1 Uhr morgens oder Mitternacht schlafen zu gehen, sondern ihr müsst wieder die Spaßbremsen sein und ihr solltet vielleicht schon um 9 ins Bett. Normalerweise sagt man, dass man 8 Stunden Schlaf, so durchschnittlich, manche brauchen weniger, manche brauchen mehr, braucht, um wieder fit zu sein, regeneriert zu sein. Aber das gilt nur bei der Alltagssituation. Und wenn wir so eine Belastungssituation haben, gerade wie beim Weitwandern, dass wir 9 Stunden gehen, 10 Stunden gehen oder unterwegs sind, da ist es wichtig, dass wir mehr Schlaf bekommen. Unser Körper ist viel angestrengter, als nach einem Tag im Büro zum Beispiel. Ergo, wir brauchen mehr Schlaf. Wir brauchen mehr Regenerationszeit. Das heißt, wir sollten vielleicht 9 Stunden schlafen. Oder, was ihr auch machen könnt, geht schlafen, wenn ihr euch müde fühlt, aber mindestens solltet ihr 8, 9 Stunden schlafen. Wenn ihr auf hohen Höhen schlaft, also auf Hütten, die sehr, sehr hoch gelegen sind, so 2.800, 3.000 Meter, sowas, dann werdet ihr tendenziell unfassbar schlecht schlafen, wenn ihr nicht akklimatisiert seid. Also akklimatisiert, ist ja blödsinn, aber wenn ihr nicht etwas angepasst seid an die Höhe. Die macht manchen Leuten schon durchaus zu schaffen. Also was sollte man dann machen? Man sollte mehr Zeit einplanen, um einzuschlafen und mehr Zeit einplanen für die Wachphasen während dem Schlaf. Das bedeutet, es kann schon sein, dass man mal 8, 9, 10 Stunden für den Schlaf einplanen kann und letztlich schläft man dann aber nur 8 oder 7 Stunden. Und das ist dann schon relativ wenig. Also Regeneration und Schlaf, das hängt direkt miteinander zusammen. Und dann haben wir noch einen Faktor Zeit. Und das ist das Problem bei Weitwanderern. Wir haben keine Zeit für Regeneration. Wir haben einen Zeitablauf. Wir sind jeden Tag auf einer anderen Hütte. Wir bewegen uns immer vorwärts. Wir gehen zum Beispiel einen Höhenweg. Wir haben jeden Tag einen anderen Stop. Das ist Wochen im Voraus, Monate im Voraus. Wochen geht ja heute in den Alpen gar nichts mehr. Monate im Voraus ist das ja geplant worden. Wir müssen uns einzelne Hüttenplätze reservieren, sonst kriegen wir irgendwo keinen Platz mehr. Dann ist alles im Arsch. Also dieses Zeitmanagement, dass wir sagen, wir geben unserem Körper genug Zeit, um zu regenerieren, das gibt es nicht. Und deswegen ist Weitwandern ja auch so anstrengend für die meisten Menschen, weil der Körper gar nicht die Chance dazu kriegt. Denn nur Schlaf und Ernährung, das ist zwar eine Verbesserung, aber es reicht nicht. So, also was müssen wir machen? Durchbeißen. Es geht tatsächlich nicht anders. Also beim Weitwandern sehen wir das Problem, wer am zweiten Tag, trotz der ganzen Maßnahmen, die ich gerade genannt habe, oder am dritten oder vierten Tag, müde ist, kann nichts anderes tun, als durchbeißen. Weil wenn die Hütte da weiter vorne reserviert ist und dazwischen ist keine andere Hütte, das ist das Leben. Und das macht das Weitwandern ja auch irgendwo so interessant. Das macht es zu einer körperlichen, aber vor allen Dingen auch zu einer psychischen Herausforderung. Das mentale Spiel beim Weitwandern, das ist absolut genial. Das ist richtig cool, weil dein Kopf dir anfängt, ganz, ganz fiese Streiche zu spielen, um dich dazu zu bewegen, aufzuhören, weil er einfach nach Regeneration schreit. Aber wenn ihr im Bereich der Ernährung und im Bereich des Schlafs alles richtig macht, dann werdet ihr feststellen, dass ihr da deutliche Verbesserungen habt und dass auch euer Kopf deutlich motivierter ist. Jetzt weiß ich aber, dass viele Leute sagen, ja, aber ich gehe auch wandern, damit ich dann oben auf der Hütte ein Bier trinken kann und so. Ich sage nicht, dass ihr das so machen müsst. Ja, ich sage nicht, dass ihr das so machen müsst und ihr könnt euer Geld, eure Zeit, eure Gesundheit alles auf der Hütte oben liegen lassen. Das ist absolut in Ordnung. Ich möchte euch nur einen anderen Weg aufzeigen, wenn ihr sagt, ihr habt beim Weitwandern so Probleme. Und vor allen Dingen die Leute, die zu mir kommen und sagen, boah, ich habe so Probleme beim Weitwandern. Ständig bin ich müde, ständig tut mir alles weh. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann gibt es halt diese paar Stellschrauben. Das möchte ich euch nur als Vorschlag hinterlassen. So, und jetzt kommen wir aber zum Training. Also jetzt kommen wir zu den Leuten, die dreimal die Woche, viermal die Woche für die Berge trainieren und versuchen in den Bergen, also für die Berge eine Kondition oder Kraft oder Kraftausdauer aufzubauen. Und da ist es mit der Zeit tatsächlich ein bisschen leichter und schwieriger zugleich. Wir können uns so viel Zeit zwischen den Einheiten nehmen, wie wir wollen. Das Problem ist aber, wie viel Zeit sollten wir uns nehmen? Und da gibt es eben diese Superkompensationstheorie, die besagt, wir können unseren Körper sozusagen ins Übertraining bringen, indem wir ihm nicht ausreichend Zeit zur Regeneration geben. Und dementsprechend baut er dann immer wieder ab. Durch das Training baut er ja erstmal Energie ab und regeneriert sich dann in der Phase über sein altes Niveau hinaus. Wenn wir das aber nicht geschehen lassen, diesen Prozess, und schon früher wieder zu trainieren beginnen, dann haben wir so eine Abwärtsspirale. In einem Graphen kann man das sehr gut darstellen. Dadurch ist leider keine super fancy Einblendung. Jedenfalls ist das definitiv ein Problem. Übertraining ist auch fürs Training für die Berge ein Problem. Trinken. Das ist heute kein super spannendes Video, ich weiß. Aber vielleicht könnt ihr mir ein bisschen folgen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr so euch auf Hütten verhaltet. Würde mich auch interessieren. Egal, weiter. Jetzt ist es schwierig für euch zu bestimmen, wie viel Regenerationszeit ihr nach oder zwischen den Trainingseinheiten braucht. Deswegen, pauschal kann man das nicht sagen. Aber von 0 auf 100, also von gar kein Training, auf jeden Tag trainieren, ist grundsätzlich schon mal, hört sich nach einer schlechten Idee her. Was ihr machen könnt, ist leichte Steigerung. 10%-Regel, immer 10% beim Training drauflegen. Aber das beantwortet es immer noch nicht, die Frage nach der Regeneration. Nehmen wir an, ihr fangt für das Training für die Berge an zu laufen oder zu walken oder zu wandern, gehen, wie auch immer. Dann habt ihr ein Kilometer-Kontingent die Woche. Das könnt ihr auf 10% steigen. Fangt mit einem niedrigen Kilometer-Kontingent an, 15 Kilometer zum Beispiel. Das ist wirklich gemütlich dann. Und diese 15 Kilometer teilt ihr auf die ganze Woche auf. Und ihr teilt sie so auf, dass sie möglichst gleichmäßig aufgeteilt sind. Also Montag, Mittwoch, Freitag, dann zwei Tage Pause, wieder Montag, Mittwoch, Freitag. So, 15 Kilometer kriegt man da gut unter. So, und dann der Woche drauf, haut ihr 10% drauf, wenn es euch in dieser Woche gut ging. Und wenn ihr nicht merkt, dass ihr am Freitag schon richtig, also so wie ich jetzt quasi, euch so richtig ekelhaft fühlt. Ja, dann hilft das. Dann hilft es 10% immer drauf zu legen. Dann habt ihr eine langsame, aber eine sehr effektive Steigerung. Sie ist effektiv und effizient, langfristig gesehen. So. Grundsätzlich gilt aber an Trainingstagen genau das gleiche wie bei den Mehrtagesthulen. Denn ihr solltet auf eure Ernährung achten. Ich kenne das von mir selber, wenn ich sehr weit laufen war, wenn ich Halbmarathon-Distanz oder mehr oder sonst was laufe fürs Training, dann bin ich versucht, einfach mal so zum Telefon zu greifen und eine Pizza zu bestellen. Weil ich kann es mir ja heute leisten. Ich habe es mir ja verdient. Aber da steckt ein ganz fundamentales Problem drin. Wenn ich anfange, meine Trainingstage mit schlechter Ernährung sozusagen wieder mich dafür zu belohnen, dann habe ich zwei Probleme. Erstens, ich gebe mir selber die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendwas gemacht habe, wofür ich mich jetzt sofort belohnen sollte. Dabei ist die Belohnung ja, dass ich fitter werde. Die Belohnung ist nicht, dass ich jetzt mehr essen kann, sondern die Belohnung ist, dass ich fitter werde. Und zweitens, wenn wir wieder die falschen Nährstoffe in uns hinein spachteln, dann ist der Regenerationsprozess wieder verlangsamt. Also, selbes Problem wie auf Mehrtagestouren. Bier, Wein, sehr viel Fett, sehr viel überschüssigen Zucker. Ist alles anstrengend für den Körper in der Verarbeitung. Lasst das einfach bleiben. Und ihr werdet merken, dass ihr relativ schnell wieder fit sein werdet und deutlich schneller, als wenn ihr an diesem Trainingstag dann richtig, ne, ja. Also, ist nur so ein Vorschlag von mir. Ist alles, wie gesagt, Regeneration ist ein sehr subjektiver Prozess. Alles nur Vorschläge. Dass es Verbesserungspotenzial gibt bei den meisten Menschen. Auch bei mir. Aber vielleicht denkt ihr ja mal darüber nach, wenn ihr sagt, oh ja, irgendwie mit dem Training, ich komme nicht hinterher, weil mir geht es danach immer so schlecht. Vielleicht ist die Regeneration das Problem. Beim Thema Schlaf, versucht wirklich in eurem Alltag fürs Training gut zu schlafen. Also, Schlaf ist das, was die Regeneration auch für alle anderen Sportarten wirklich maßgeblich beeinflussen kann. Also, achtet darauf, dass ihr eure 8, 9 Stunden Schlaf bekommt. Gerade wenn ihr Bergsteigen geht, dann solltet ihr davor, müsst ihr nicht unbedingt perfekt schlafen. Ich kenne das. Ihr werdet das vielleicht auch nochmal kennenlernen, wenn ihr noch eher Einsteiger seid. Dass ihr auch vor großen Touren, da seid ihr aufgeregt. Das kenne ich auch noch von früher. Da schläft man nicht gut. Also, ich weiß noch, das erste Mal, als ich eine Tagestour gemacht habe mit über 2000 Höhenmeter Anstieg. Und da bin ich um 2 Uhr morgens losgestartet. Und da konnte ich vorher nicht vernünftig schlafen. Also, ich bin fast die ganze Nacht wach gelegen. Und habe mich ganz viel gefreut. Aber deswegen, ich verstehe das. Aber es ist auch nicht so notwendig für den Tag. Aber dafür am Tag danach oder an dem Tag, versucht dann zu schlafen, versucht gut zu schlafen. Die ersten 1, 2 Nächte nach so einer großen Anstrengung, nach einer harten Trainingseinheit, die sind relevant für eure Regeneration. Dann seid ihr schneller wieder fit und könnt schneller wieder trainieren. Generell, wenn es euch am Tag nach einer großen Tour oder nach einer großen Trainingseinheit, egal ob ihr jetzt im Flachland seid oder im Bergland, wirklich am Berg trainiert. Wenn es euch danach dreckig geht, und das kann schon mal vorkommen, also ihr könnt euch irgendwie nicht bewegen, aber ihr fühlt euch auch innerlich so richtig schwach. Also, selbst die Muskeln, die nicht belastet worden sind, die brauchen unfassbar viel Energie, um irgendwas zu tun. Also, wenn ihr zum Beispiel nicht mal mehr einen Klimmzug machen könntet, obwohl ihr das normalerweise könntet zum Beispiel, obwohl ihr mit den Armen nichts gemacht habt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ihr einfach so erschöpft seid, dass ihr eine große Pause braucht. Und dann solltet ihr nicht das machen, was ich jetzt mache, also irgendwie von der Kamera herumhampeln oder trainieren oder irgendeine große, schwere Arbeit verrichten, sondern dann solltet ihr einfach mal eine Tasse Tee, Fernseher an und euch entspannen. Und das ganz ohne schlechtes Gewissen, dass ihr heute nicht trainiert, weil das bedeutet, euer Körper braucht die Zeit. Und das ist dann das Schöne. Zeit haben wir in unserer Trainingsphase sehr viel. Wir können uns die Trainings sehr weit auseinanderlegen und das hilft uns dann natürlich. So, wir haben Zeit, wir haben Ernährung, wir haben Schlaf. Einmal in der Trainingsphase und einmal dann auch bei den klassischen Mehrtagestouren. Ich möchte mich nochmal dafür entschuldigen, dass ich jetzt krank bin. Das ist scheiße, aber ich dachte mir, so ein Video zu machen, ist vielleicht immer noch cooler, als wenn jetzt einfach gar nichts passiert. Deswegen, ich hoffe, ihr konntet trotzdem etwas aus eurer Regeneration mitnehmen. Ich weiß, es ist nicht cool, das Bier weglassen, das geile Essen weglassen, früh schlafen gehen. Alles nicht cool, ist alles vielleicht nicht unbedingt ein riesen Urlaubsfeeling. Aber wie gesagt, es sind nur Vorschläge. Es ist wie ein Supermarkt hier, was euch gefällt, könnt ihr mitnehmen. Was euch nicht gefällt, lasst ihr einfach liegen. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berghain. Ich gehe jetzt schlafen.